herzlich willkommen im medienhaus herzlich willkommen im medienhaus leider können wir online round the world das geht nicht wir können halt nur hier vor ort wer jetzt zufälligerweise von meinen kunden diese werbung sieht ich begrüße euch total recht herzlich dankeschön dass ihr da war aber wie gesagt round the world das geht nicht so da wir tik tok betreuen snapchat wie sie alle heißen facebook und so weiter sind wir natürlich bekannt ist klar und es freut mich auch dass man anerkennung hat die die uns nicht anerkennung die uns jagen das ist normal meine sehr verehrten darunter hören das normal weil online ist halt so eine art spaßbude also spaßig finde ich das alles nicht wenn ich mir das alles so ansehe diejenigen welche die darunter leiden unter corona ja haidu haidu